Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und in diesem Video möchte ich dir die Erweiterung Contao Protected Select vorstellen. Zu deutsch heißt die Erweiterung geschützte Selectmenü und wurde von Christian Barkowski entwickelt. Was kannst du mit dieser Erweiterung machen? Ich habe jetzt ein Abteilungs-Selectmenü erstellt und hier sind verschiedene Einträge und zwar Vertrieb, Einkauf und Buchhaltung enthalten und das Besondere daran ist, dass hier im Quellcode nicht der eigentliche Wert enthalten ist. Das bedeutet, hinter jeder dieser Abteilung ist jetzt eine E-Mail-Adresse hinterlegt, sodass ich diese später abgreifen kann. Ich möchte aber verhindern, dass diese E-Mail-Adresse im Frontend angezeigt wird. Das gleiche gilt hier zum Beispiel für das Produkt. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Ich könnte zum Beispiel sagen Produkt, Kaffee, Schwarz, Milch, Milch und Zucker. Ich möchte aber im Hintergrund für meine Abteilungen intern die Artikelnummer kommunizieren. Ich möchte allerdings nicht, dass diese Artikelnummern irgendwie auf irgendeine Art auf meiner Webseite auftauchen. Und auch hier kann ich zum Beispiel dieses Protected Select verwenden. Ich möchte dir jetzt ganz kurz noch zeigen, wie du diese Erweiterung konfigurieren kannst. Zunächst einmal musst du natürlich die Erweiterung über den Contour Manager oder Compose installieren. Dazu suchst du nach Protected Select, anschließend auf Hinzufügen, dann hier Pakete und Pakete installieren. Wenn das dann erledigt ist, bekommst du hier über den Formulargenerator einen neuen Feldtyp und zwar geschütztes Selectmenü. Und ich möchte dir einfach mal zeigen, wie ich dieses Abteilungsfeld konfiguriert habe. Das bedeutet, ich habe hier offiziell Vertrieb als Referenz. Auch die Bezeichnung lautet Vertrieb, aber als Wert ist eben geschützt hier Vertrieb at Firma.de, Einkauf at Firma.de und so weiter hinterlegt. Ich kann also jetzt diese E-Mail-Adressen dann im Notification Center abgreifen und passend gleich an die richtige Abteilung weiterleiten. Das sieht dann wie folgt aus. Du hast also jetzt hier in Notification Center deine Nachricht und kannst dann einfach hier das Feld Empfänger dieses Feld einfügen, die Form Abteilung und schon wird dann hier beim Empfänger immer die richtige E-Mail-Adresse eingetragen. Aber im Frontend bleibt das Ganze versteckt. Genauso kannst du das Ganze natürlich auch hier mit diesem Produkt verwenden. Ich habe hier jetzt offiziell nur Kaffee pur schwarz, aber intern wird jetzt immer die Artikelnummer weitergeben und die lautet zum Beispiel K01, 2 oder 3. Das Wichtig ist eben zu verstehen, ich mache das mit dem geschützten Selectmenü immer dann, wenn das Frontend oder dem Quellcode nichts von meiner internen Bezeichnung zu sehen sein soll. Wenn du jetzt noch mehr zum Thema Notification Center oder zum Einsatz von anderen Erweiterungen kennenlernen willst, dann empfehle ich dir meinen Kurs für Formulare. Hier lernst du eben den Umgang mit dem Notification Center, mit der Erweiterung Leads und natürlich mit vielen anderen hilfreichen Erweiterungen, die zu den Formularen passen. Erweiterung Leads